Wie lange falle ich aus nach einer Bruststraffung? Im Grunde genommen gar nicht lange. Bei einer Bruststraffung spielt sich der Eingriff eigentlich weitestgehend im Bereich der Haut ab. Das heißt, die OP kann zwei bis drei Stunden dauern. Im Allgemeinen wird dieser Eingriff teilstationär durchgeführt. Das heißt, die meisten Patienten können im Laufe des Tages auch wieder nach Hause gehen. Sie haben im Allgemeinen gar keine Schmerzen. Und einfache Tätigkeit, zum Beispiel Bürotätigkeit, kann nach zwei, drei Tagen wieder ausgeübt werden. Haben wir eine schwere körperlichere Tätigkeit, dann kann es schon mal sein, dass man eine Woche warten sollte. Also im Grunde genommen ist die Ausfallzeit sehr gering im Vergleich zur Länge der OP-Zeit.